Was ist das, was wir gestalten müssen? Was ist das, was wir gestalten müssen? Welche Auswertungen das für die verschiedenen Marktteilnehmer haben würde, für die Anbieter, auch für die Kunden. Aber das ist natürlich keine Sache für ein kurzes Video, sondern das ist etwas, was ich in einem Vortrag auf dem Swiss Payment Forum in aller Ausführlichkeit erzählen kann. Ich freue mich, Sie da zu sehen. Vielen Dank.